Ich bin Pravi Wir haben ein wenig vorgearbeitet Richtig, das wollte ich auch gar sagen Sieht man zwar nicht, wenn man sich unser Leben anguckt, aber... Nicht wundern, dass ich schon wieder ein altes Level aufwärme Ich werde einen anderen Weg gehen als der LeChuck Genau Weil es gibt da so ein Kalmes, hab ich gehört Aus einer in einem Quelle Was? Vor allem, wenn ich ihn kriege Was war das? Was heißt das? Warum machst du das? Ich irritier mich hier Du irritierst mich einfach Okay Dann, ähm, ich geh mal eben was zu essen holen Tschüss Nein Ob Na, als ob Ich muss doch gucken, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht Schon ein Leben bekommen Stimmt Was war das? Ich bin drüber geschwunden Ja, bei mir war schon wieder Dieses Du bist tot Animation Dingen Oh, Mann Ich muss mir vorher überlegen, was für'n Satz ich sagen will, bevor ich rede Erst Satz bauen, dann reden Ja Da komm du Scheiße bei raus sonst Ähm, ja Du weißt, wo das, äh, wo der geheime Eingang ist Nehm ich mal an Weiß ich, weiß ich Gut, weil sonst Eherst du da noch rum und Jetzt würde es Sinn machen, dass ich hier rumgehe Ja, eben Habe ich mir schon fast gedacht, dass du das weißt dann Da, der Fehler ist mir auch mal passiert Und, äh, dieser Bug auch Ich, ich will da hoch springen, Mann Ich will doch nur springen Nicht singen Los Los Spring einfach auf den Klotz da Ah, ne Das nimmt kein gutes Ende hier Das ist noch zwei Minuten Zeit Ach, geht doch Ach, da willst du hoch? Ah, ha Nicht stört, nicht stört Oh, das Level haben wir erst einmal gemacht. Ah! Hast du erst einmal gemacht und das erste Mal direkt... Versagt. Nein, Spaß. Du hast das doch geschafft beim nächsten Mal. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Kann ich die Blumen töten? Gut. Kann ich die Blumen töten? Gut. Ich weiß nicht, ob du vielleicht in die Gelbe rein kannst. Gelbe? Bist du sicher? Nö. Geht nicht. Aber ich will nicht wie in so'n Schaum-Level oder so'n... Ja, wie sagt man dazu? Seifen-Level. Eis-Level. Eis-Level. Ist das Eis? Für mich sieht das aus wie Schaumer, Seife oder sowas. Schnee. Aber das ist, ähm... Pink. Pinker Schnee. Pinker Schnee. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Guck mal nach draußen. Macht das Sinn? Boah. Ja. End. Macht ein italienischer Klempner mit einem, äh... Badeanzug. Ne, mit einem Badehandtuch, Arm vom Rücken, Sinn? Ja, klar. Habe ich schon mal gesehen. Okay. Nein, beim Spiel darf man nicht nach dem Sinn fragen. Man schießt ja auch mit Feuer irgendwelche Schildkröten ab. Und Pflanzen kommen aus diesen Röhren. Äh... Italiener fressende Pflanzen. Ja. Weil Yoshi, den fressen die nicht. Der wird nur angegriffen und das macht Mario so dermaßen verrückt. So eine Geschichte, ne? Was? Schieß ab. Oh, das war gut. Warte mal. Ich möchte hier nicht springen. Boah, wie lang ist das noch? Das war gerade die Hälfte, ne? Ein bisschen. Das war gerade erst die Hälfte. Ich wollte erst fragen, wo, wann kommt denn hier der Checkpoint? Aber da habe ich überlegt. Ach nee, ich hatte den ja gerade eingesammelt. Als wenn ich ja, kämen die Fragen ein bisschen doof. Da, durch raus. So, jetzt gehe ich hier oben her. Muss ich ja auch. Uah. Boah, das Level kann ich, das kann ich. Das kann er. Das läuft jetzt, jetzt wird's quer nicht. Oh, jetzt wird's auf. Oh, die bewegen sich schnell. Ah, ah. Ah. Hilfe, die kommen immer näher. Man merkt schon, wie angekündigt ist es sehr weihnachtlich in dieser Episode. Total. Man sieht den, sieht den, äh, den Gedanken von Weihnachten. Ja, guck mal den Hintergrund an. Die nächsten. Voll am Glitzern da. Das sind die Sterne. Die Sterne in der Höhle, du bist auch gut. Denk doch mal nach. Ja, wie, ja, wir haben wir, was haben wir gerade besprochen mit der Logik? Ja, gut. Denk da mal drüber nach. Fährst du auf Schädeln, ein Lavafluss. Okay. Ach, geschafft. Und ich hab sogar ein Leben gekriegt. Unglaublich. Ich nicht von mir sahen. Ui, ui. So. Dann mach du mal da deinen Fisch-Dings weiter. Blatsch. Blatsch, blatsch. Auf, na. Der bewegt sich. Ha! Ne? Tch. Naja. Jetzt ist der Fisch weg. Das hat Sinn gemacht, ne? Ja, total. So, und wenn du das dann geschafft hast, dieses Geimen-Level, kommst du wohin? Zum roten Fisch. Ah, okay. Der ermöglicht mir dann noch ein anderes, älteres Level zu spielen, da den Geheimgang zu finden und dann von da aus oben rum zu gehen. Du gehst durch den Tunnel, ich geh oben rum. Wow. Das ist unglaublich. Das ist, äh, echt krass. Krasse Logik. Das ist, fuck. Dass das scheiß ist. Das ist Wut im Internet. Oh, ich füng'scher im Internet. Ah. Da. Blop. Well you are the other Half of that More in 10 Yeah Immer wenn4 über Dii geridents Diii is immer Nintendo Falls, ähm, das jemand wissen will Halb Ich wollte nur spielen Wieso komme ich nicht weg? Dann musst du wohl Weiter nach rechts oben Gehen Laufen Rennen Klettern. Boah, pass auf. Ja. Nimm doch. Dann nicht. Also, ich hätte die Blume genommen. Blumen sind sehr hilfreich. Aber Federn auch. Federn sind sogar noch hilfreicher. Und jetzt wird der Pravi sein erstes Geheimnis-Level schaffen. Mach keinen Scheiß jetzt. Was war das? Was hast du gemacht? Wieso ist das jetzt weg? Ich kann mich quasi jetzt umbringen. Jetzt geh doch nach rechts. Geh einfach nach rechts. Geh einfach nach rechts. Ist das nicht weniger gefährlich? Das ist nur ein Fisch. Das ist gut. Man muss nur ein bisschen so die Umgebung mal angucken. Jo, da ist der. Das war ja einfach. Dann bin ich ja dran. Jetzt. Was? Oh nein. Das ist total einfach. Das mag ich überhaupt nicht. Das ist total einfach. Oh, siehste. Nein. Was hast du denn? Feder. Was hast du denn? Ich hasse das Level. Ach nein. Ich will das nicht machen. So, ich will das machen oder was? So. So schwer ist das nicht. Ich mag es aber nicht. So. Einfach nur ruhig sein. Ruhig. Ja, ruhig. 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 Und jetzt renne ich. Jetzt kommt ja gleich die Stelle, wo die vielen kommen. Kommt das jetzt? Kann ich die irgendwie mit... Ah, jetzt kommt der Checkpoint. Ähm... Kräft. Kräft. Oh! Ich erst aus... Schon will? Mich erst auslösen. Über die Pflanzen kannst du mit A-Sprung, mit dem Drehsprung machen. Kann ich nicht auch irgendwie mit dem Drehsprung die Kugel-Willis aufhalten? Bullet. Was? Bullet. Ja, von mir aus. Ich bin gerade ein bisschen gestresst. Hast du keinen Stress? Boah! Meine Gute. Nein! Du siehst die doch kommen. Ja, ich weiß. Aber manchmal kann ich nicht so schnell reagieren. Das ist voll Stress-Level. Okay, danke. Hab ich fast geschafft? Kann sein. Ja, Mann! Ey, heute läuft's. Kann sein. Guck mal, ich hab noch elf... Ich hab elf Leben, um noch Lemmy zu besiegen. Boah, wenn... Boah, das wäre unglaublich, wenn dieser... Wenn in diesem Set alles glatt gehen würde. Ja, mach du mal. Nein. Das war der falsche Moment. Okay, jetzt. Ich befürchte schon fast, dass du, äh, mir wieder ein paar Leben abnehmen geben musst. Ah, das war... Ah, 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 ah. Damit komm ich aber nicht da runter. Mit dem Arschprung. So. Oh mein Gott. Ist da oben. Haha. Ist da oben oben. Boah, scheiße. Boah, die kommen so schnell. Auf einmal tauchen die auf. Hab ich. Aber jetzt hab ich ne Idee. Gut. Aber sag das nicht nur so. Du musst schon wirklich einer haben. Ähm, schon. Das ist schon... Arsch. Stirb. Stirb, Magic Koopa. Tauche wieder auf, Magic Koopa. Nicht da. Ist das nicht ein Arsch? Boah, Mann. Voll das Arsch. Du hast ja schon da weitergespielt, ne? Ja. Ist nicht mehr weit dann zu Lemmy, oder? Wenn, wenn ich da durch bin, so ein bisschen so. Warum? Ehe. Es sind zwei Räume. Aber ich war beim letzten Mal schon ganz schön nah dran. Bin zu blöd. So ein Twitch-Place, ey. Aber komm, das ist schon der Red. Ist nicht irgendwie Green oder, nein, ja, doch Green gab's auch, ne? Oder Yellow? Ich will, dass er da oben auftaucht. Jetzt. Lauf, 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 lauf. Boah, das ist so ein Arsch. Nein! Nein, das ist auch Blöde.